Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 5. August 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Wieso schnaufst du? Wegen dem Wetter. Wegen dem Wetter. Aber wir sitzen noch gar nicht draußen. Ja, zum Glück. Wir haben das einzig Vernünftige gemacht, was man bei dem Wetter machen kann, nämlich Podcasten. Genau. Wie immer. Wie immer in den Schatten unserer Podcast-Höhle zurückgezogen und aufgenommen, weil wir waren nämlich wieder im Kino. Ja. Und zwar bereits am Donnerstag. Und zwar in? Mission Impossible Fallout. Ganz genau. Ja. Die, die uns schon öfter... Die schon andauernd hören. Genau. Die werden schon genervt sein, weil wir ständig von Mission Impossible reden und wie toll doch Tom Cruise eigentlich ist und überhaupt und tralala. Oh, das ist in absolut unserer Meinung. Genau. Und jetzt ist es endlich soweit gewesen und wir konnten ihn uns angucken, dankenswerterweise in 2D. Und mir fällt übrigens noch ein, so als Nachtrag zur letzten Episode, wir haben es nämlich vollkommen übergangen, dass wir ein kleines Jubiläum hatten. Wir hatten nämlich 25 Jahre, nein, die 25. Ausgabe. Wir haben auch irgendwie total unser einjähriges übergangen, also wir haben alles so... Wir machen einfach stur weiter. Genau. Wir machen einfach weiter, vollkommen unbeeindruckt. Genau. Sämtlicher Jubiläen. Falls wir irgendwann mal so das Hundertste haben, dann erinnert uns dran doch mal, bitte. Aber ich glaube, das feiern wir dann. Das zu erwähnen, ja. Da lassen wir dann andere für uns reden. Genau. Uns jetzt unternehmen. Genau. Das planen wir so. Da laden wir uns ganz viele Gäste ein und sagen, mach mal. Genau. Ja, aber wir sprechen heute nicht über unser Jubiläum, sondern über Mission Impossible. Yes. Und ich habe mir gedacht, dass wir mal so einen kurzen Streifzug in die Geschichte von Mission Impossible machen, bevor wir zum eigentlichen Film kommen. Ja, das machst du gern. Ja, und zwar basiert diese... Also die Filmreihe selbst existiert seit 1996, die aber wiederum auf einer TV-Serie basiert und die gab es bereits 1966. Also im deutschen Fernsehen lief die unter der Bezeichnung Cobra, übernehmen Sie. Von 1966 bis 1973 wurde die produziert, hat es auf insgesamt sieben Staffeln gebracht. Und der Schöpfer war ein sogenannter Bruce Geller. Und dieser Bruce Geller, der wird einem, wenn man sich jetzt einen der Mission Impossible-Filme anguckt, immer wieder in den Credits über den Weg laufen. Ja, stimmt. Dort wird er nämlich als Schöpfer der TV-Serie und somit als Ideenlieferant für diese Kinofilme wird er immer aufgelistet. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, ob der eigentlich noch lebt. Naja, jedenfalls... Grober Schnitz. Jedenfalls gab es eine Neuauflage der Serie und zwar 1988. Die hat es nur auf zwei Staffeln gebracht und zwar auch von Bruce Geller. Die hieß dann im deutschen Fernsehen in geheimer Mission. Im Englischen halt wieder Mission Impossible. Und wie gesagt, es waren nur zwei Staffeln, war nicht ganz so erfolgreich. Also Ende 80er, Anfang 90er, wo man es nochmal versucht hat. Und dann kam halt der Tom Cruise auf die Idee, das ins Kino zu bringen und das haben sie ja gemacht 1996 mit dem ersten Mission Impossible unter der Regie von Brian De Palma. Ja, stimmt, ja. Das hätte jetzt eigentlich wie aus der Petole geschossen kommen müssen. Ja, ich habe da eigentlich gewartet. Und dann hat sie mitgespielt haben, damals natürlich neben Tom Cruise, als Ethan Hunt, der John Voight, die Emmanuel Beard, der Jean Reno, Wing Rames, die Kristen Scott Thomas und die Vanessa Redgrave. Als Max. Als Max. War damals ein ganz beachtlicher Erfolg und wie ich finde auch immer noch einer der besseren Mission Impossible Filme der ganzen Reihe. Das stimmt, ja. Also da hat Brian De Palma eine ziemliche, also die Messlatte ziemlich hochgelegt damals. Ich erinnere dich an diese Verfolgung, du hast gesagt, auf diesem TGW, auf diesem Hochgeschwindigkeitszug am Schluss. Und da wurde auch schon ganz stark auf dieses Masken-Gimmick gesetzt. Das ist ja sowieso das Markenzeichen in der Serie. Genau. Ja, war ganz, ganz, ganz toller Einstand. Dann hat es vier Jahre gedauert, bis die Fortsetzung kam. Deine geliebte. Und meine geliebte Mission Impossible 2 unter der Regie von John Woo. John Woo. Wer John Woo kennt, der weiß, dass John Woo Zeitlupen und Tauben liebt. Und beides kommt in Mission Impossible 2 vor und zwar zuhauf. Aber so oft kommen die Tauben auch nicht vor. Ja, aber sie kommen vor und es kommt ganz viel Zeitlupen vor. Ja, das stimmt, ja. Mitgespielt, der Widersacher war der Doug Ray Scott. Ja. Sandy Newton, die man neuerdings ja in Westworld bewundern darf. Hat damit gespielt als, wie sagt man da, Love Interest. Und natürlich Wink Rames. Und Anthony Hopkins. Und Anthony Hopkins, stimmt. Ja, das ist sein Auftraggeber. Oder sein Chef oder ich weiß gar nicht. Ach stimmt, das kommt ja gar nicht so richtig raus. Weil er ja die ganze Zeit, er ist ja glaube ich auch nicht einmal irgendwie in so einem Hauptquartier oder irgendwie so, der hangelt sich ja von einer Mission zur nächsten, also in dem Film. Ja, ich erinnere mich nur an diese, da gab es so eine spanische Sequenz da, oder? Genau, spanische Tango, nee nicht Tango. Flamenco. Flamenco-Sequenz mit Mega-Zeitlupen und heißen Blicken, die man sich quer durch den Raum zuwirft. Dann gab es diese Zeitlupen-Auto-Pirouetten-Verfolgungsjagd. Also ich... Ja, er ist schon ein bisschen zum Fremdschämen. Ich bin mit meiner Meinung da offensichtlich auch nicht ganz alleine. Er wird tatsächlich in der gesamten Filmreihe auch als der Schwächste bewertet, so ganz insgesamt. Aber was macht man, wenn ein Franchise so am Boden ist? 2006, wen holt man sich da? J.J. Abrams. J.J. Abrams. Genau, also wie wir mittlerweile wissen, hat er halt ein Händchen. Aber war das wirklich so am Boden? Ja, also die Einschalt... Einschaltquoten sage ich schon im Kino. Die Einspielergebnisse waren halt nicht so toll, die Kritiken waren halt auch nicht so toll und irgendwie hat man sich da schon überlegt, machen wir jetzt da weiter oder machen wir nicht weiter. Tom Cruise hat übrigens von Anfang an gesagt, er möchte eigentlich für jeden Film einen eigenen Regisseur mit eigenem Stil haben. Und somit hat man sich eben bei Mission Impossible 3 2006 für J.J. Abrams entschieden, einen Glücksgriff für sich herausstellen sollte. Der hat ja später dann auch nochmal Star Trek und Star Wars quasi aus dem Dornröschenschlaf geholt. Ja, und damals war der Widersacher, der Philip Simmer Hoffman, meiner Meinung nach bislang immer noch einer der besten Antagonisten im Mission Impossible 3. Ja, da bin ich jetzt nicht mehr der Meinung, seit den aktuellen. Und natürlich wieder war Wing Rames mit an Bord, Billy Kudrup als sein Kollege. Homischer Kollege. Michelle Monaghan hat da ihren ersten Auftritt als seine Frau, zukünftige, whatever. Auch erster Auftritt Simon Pegg als Comic Relief, wie man so schön sagt. Und dann noch relativ klein ausgebaute Rolle und Laurence Fishburne hat da mitgespielt. Dann kam es 2011 zur Fortsetzung Mission Impossible. Phantom Protocol heißt er im Deutschen und Ghost Protocol heißt er im Englischen. Ist im Übrigen auch der einzige, bei dem sie sich im Deutschen von den anderen Titeln entschieden haben. Aber warum? Weiß man das? Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Regie führte Brad Bird, der Pixar-Regisseur. Mitgespielt haben damals die Paula Patton als weibliche Figur. Der Simon Pegg wieder. Jeremy Renner erstmals, glaube ich. Und Wing Rames mal wieder. Allerdings mit einer sehr, sehr kleinen Rolle in dem Teil. Ich glaube, da tauchte nur am Ende kurz auf oder so. Ja, das stimmt. Dann kam 2015 Mission Impossible Rogue Nation. Und da erstmals in der Regie von Christopher McQuarrie. Da spielten wieder mit Jeremy Renner, Simon Pegg, Wing Rames. Erstmals Rebecca Ferguson. Erstmals Sean Harris als Gegenspieler. Und erstmals Alec Baldwin als Chef. Baldiger Chef. Als CIA-Chef da und baldiger IMF-Chef. Genau. Ja, und das war die bisherige Mission Impossible 3. Wie gesagt, 1996 bis mittlerweile 2018. Das heißt, 22 Jahre altes Film-Franchise. Schon beachtlich. Und immer mit Tom Cruise. Den nimmermüden Tom Cruise. Das ist so krass. Das ist echt. Auch bei dem Film jetzt wieder, das zu beobachten. Das ist ja Wahnsinn. Wie würdest du so, wie ist so dein persönliches Ranking jetzt ohne Fallout? Also wie hättest du die bisherige Reihe so? Der fünfte ist eindeutig der beste. Also ausgenommen Fallout. Also der Rogue Nation. Der Rogue Nation. Dann, ja, der Erste. Dann auf dem Zweiten. Dann kommt Ghost Protocol. Dann der Dritte. Und dann kommt der Zweite zum Schluss. Ja, also meine persönliche Top 5 wäre tatsächlich der Schwächste. Auch natürlich der Zweite Teil. Gefolgt allerdings vom... Vierten. Also ich finde den... Ich mag da den Bösewicht. Nicht sonderlich. Ich finde die Geschichte nicht so toll. Also der... Wie heißt er? Ghost Protocol. Ja, ja. Der hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Dann kommt der Dritte. Mhm. Und dann der Erste. Und dann der Fünfte am Platz 1. Genau. Das wären so meine... Ja, ich weiß nicht. Da haben wir es ja auch in den letzten Tagen so drüber gehabt. Ich finde halt den Philip Seymour Hoffmann als Bösewicht irgendwie qualit er mir halt nicht. Also er ist mit Gnade der Schauspieler. Er ist leider auch schon gestorben. Aber für mich ist der halt immer so mehr der exzentrische Künstler. So wie jetzt bei Capote. Ja, so wie jetzt bei Capote oder dann halt so mehr... Ja, so dieser... Und dann kam Polly zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Ben Stiller und Jennifer Aniston. Und dann spielt er auch so ein Kumpel, wo dann halt auch während des Basketballs spielt sich nass in die Hose furzt. Und wenn du dann halt solche Filme mit ihm gesehen hast und dann ist er auf einmal der Bösewicht bei Mission Impossible, dann ist das für mich halt einfach... Ich nehme den halt einfach nicht. Der ist mir zu... Der sieht zu knuddelig aus irgendwie. Echt jetzt? Ja. Also ich finde den... Ich weiß nicht, ich finde den... Und er hat auch zu wenig Playtime, um das halt... Dieses Bild da halt für mich auszutreiben. Also ich finde dafür... Also er kommt schon oft vor, aber dafür hätte er noch mehr... Also brisenter sein müssen. Also für mich war der nie so der Knuddeltyp. Ja, der eklige Knuddeltyp. Nee, auch nicht. Also quasi, das ist ja nicht einer, mit dem du gerne knuddelst, sondern eher so einer mit... Keine Ahnung. Und dadurch fand ich den auch schon von der ersten Minute weg, also auch diese erste Hasenpfoten-Verhörsequenz da, fand ich den schon extrem beeindruckend. Und ich fand, dass der, wenn er denn zu sehen war, den anderen immer so die Show gestohlen hat als Schauspieler, weil er halt einfach hochkarätig ist. Ja, natürlich, weil er schon auch eine Präsenz hat, aber... Nee, also mein Lieblingsbösewicht ist jetzt eh der... Der Neue. Der Sean... Ja. Der Sean Harris als Solomon Lane. Ja. Ja, der ist auch cool. Aber sie haben es prinzipiell nicht so gut mit den Bösewichten. Nee, die bleiben alle relativ blass. Also es ist so, dass auch der Sean Harris jetzt wenig Hintergrund bekommt, was so seine... Also auch wenig Screentime-Verhältnismäßig wird jetzt nicht großartig erklärt, was der für einen persönlichen Background hat oder was halt immer. Aber was ihn antreibt, das wird manchmal schon sehr erklärt. Ja, das machen sie immer, aber das ist ja... Aber diesmal mehr als beim letzten Film. Ja, dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal ein paar Fakten zu Mission Impossible Fallout. Ja, also er hat die FSK 12, er geht zwei Stunden, 22 Minuten, die aber zack vorbei sind. Wie im Flug. Wie im Flug gefühlt. Wie im Helikopterflug. Da sind dann manche wieder aufs Klo gegangen, da hätte ich mir echt alles zugenäht, als dass ich nur eine Sekunde hätte verpassen wollen. Er hat eine Bewertung von 8,3 auf ihm DB und einen Metascore von 86. Ja. Und ja. Zurecht. Passt, passt, passt. So, wie schon von dir erwähnt, Regie führte Christopher McQuarrie, der noch nicht so viel Regie geführt hat. Er hat den letzten Mission Impossible, Rogue Nation hat er gemacht, den Jack Reacher hat er mit Tom Cruise zusammen gemacht, Way of the Gun. Und das liegt unter anderem auch daran, dass der Christopher McQuarrie aus dem Drehbuchbereich kommt. Und da hat er sehr, 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 sehr viel gemacht. Das ist so wie der Shane Black zum Beispiel. Das war auch so ein Drehbuchautor zum Regisseur gewechselt. Der hat auch sehr, sehr viele Drehbücher geschrieben. So damals angefangen mit Mission Impossible. Mission Impossible, sag ich schon, Himmel, Herrgott. Lethal Weapon. Ah, ja. Lethal Weapon war von ihm. Ja. Ja, ja. Und mittlerweile hat er sich ja ins Regiefach vorgekämpft. Ja. Aber so einer ist das auch, genau. Und der hat mit Tom Cruise zum Beispiel auch, also jetzt nur mal Drehbuch hat er geschrieben. Das war der Edge of Tomorrow, die Mumie, also The Mummy, die Neuverfilmung, Jack Reacher, Operation Walküre. Und dann hat er damals auch bei den üblichen Verdächtigen geschrieben. Oder er hat ihn geschrieben. Das ist den Debütfilm vom, wie heißt er denn? Will ich jetzt Brian Singer? Ja. Stimmt, ist sogar. Ja. Ah, sehr gut. Brian Singer, vielen Dank. Gerne. Der jetzt Ding macht, den Queen-Film. Ja, naja, da freue ich mich auch drauf. Der ist super, der Trailer. So, die Kamera, den Rob Hardy, der sagt einem jetzt auch nichts auf Anhieb, wenn man aber dann seine Filme, zum Beispiel Ex Machina, Boy A, Auslöschung, also der Annihilation, der jetzt gerade auf Netflix läuft. Ah, nicht Extinction, ich verwechsel die beiden immer. Nein, Extinction, Annihilation. Nee, Annihilation ist der von mit der Auslöschung, ist der mit der Auslöschung. Ach, da hat der Kamera geführt. Genau. Ah, okay. Okay, nicht zu verwechseln mit dem Extinction, der jetzt läuft mit dem Michael Peña, das verwirrt mich immer. Ja, und Euphoria. Dann Musik machte Lorne Balfe, der auch hier schon einige Filme gemacht hat. Genius, Marcella, also Genius die Serie, Marcella die Serie, Pacific Rim 2, der neue, der Uprising. Dann 12 Strong, das ist der Film mit dem, ja genau, mit dem Mann von der Ding. Nein, wie mit dem Mann von der Ding, nah, mit dem Thor. Ach, stimmt ja. Ja, das ist ja auch so ein Kriegsfilm, wo sie da auf Pferden da, Michael Shannon spielt auch mit. Sag mal, wie heißt der denn? Chris Hemsworth. 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 Hunt, Hunt, Hunt. Ghost in the Shell und Geostorm. Also das habe ich dann irgendwann mal aufgehört, weil er hat jetzt glaube ich schon bei sehr vielen Actionfilmen auch mitgewirkt. Ich muss dazu sagen, es gibt ja dieses typische Mission Impossible Thema. Ja, das ist von Lalo Schiffrin. Genau, das zieht sich ja durch alle Filme durch, logischerweise, in der einen oder anderen Varianz, mal besser, mal schlechter und ich muss sagen, dass die, wir haben gestern nochmal kurz reingehört in das Thema, wie es gestern Abend, wie es der Lorne Balfe quasi interpretiert hat, finde ich grandios. Ja, das ist sehr cool. Sehr druckvoll natürlich. Und düster. Düster, ein bisschen, ja, ist ein bisschen melancholisch, schwingt da auch so mit, ist es, ja, ich finde, nee, ist ein guter Soundtrack. Absolut. So, dann kommen wir zur Besetzung, die ist natürlich hier High Class. Ja. Auf allen voran natürlich Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise. Ja, ich meine, also. Wer Tom Cruise nicht kennt, hat Filme verpennt. Genau, absolut. Es ist ja auch, er ist ja auch immer so, ja, man liebt ihn oder man hasst ihn. Die meisten hassen ihn dann komischerweise auch nur deswegen, weil er Scientologe ist. Jetzt weniger, weil er wegen seinen Filmen, sondern eigentlich immer nur wegen dem. Das Ganze tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Vielleicht hat er, weiß ich nicht, er wird es wohl noch sein, aber er lässt jetzt einfach seine Filme für sich sprechen. Und dass er jetzt Scientologe ist, hat ihn jetzt nicht zum schlechteren Menschen werden lassen. Ja. Und, ähm, genau, also nur mal so ein paar Filme, natürlich Top Gun, Last Samurai, Minority Report, Jerry Maguire, Barry Seel, Jack Reacher 1 und 2, Edge of Tomorrow und, 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 und. Man muss auch, also was ja wirklich faszinierend auch wieder ist beim Fallout, wenn man den da über zwei Stunden da rumspringen sieht und man überlegt, dieser Mann ist 56 Jahre alt. Und andere schaffen es mit 15 nicht mehr von der Couch hoch. Das ist dann einfach, also, schämt euch! Irgendwo habe ich mal gelesen, da hat sich irgendjemand einen Spaß draus gemacht und die Einspielergebnisse der Filme mit Tom Cruise quasi in Relation gesetzt zu den Szenen, also wie lange er läuft. Mhm. Und da gibt es quasi so eine direkte, also je länger er läuft, umso mehr haben sie eingespielt. Richtig. Irgendwie ganz lustig. Krass. Er müsste sich ja Fallout jetzt, äh. Oh ja, weil da läuft er, da läuft er. Der läuft und läuft und läuft. Oh ja, das ist echt, das ist super. Und, äh, was ich auch noch positiv erwähne, wegen seinem, hat ja bis jetzt noch keinen einzigen, also Oskar hat er ja zum Beispiel keinen bekommen. Nein. Andere Preise würden mir jetzt auf Anhieb auch nicht einfallen. Er ist vielleicht dann irgendwann mal so ein Schauspieler, der für sein Lebenswerk immerhin absolut sollte er auch verdient haben, weil er hatte halt einfach ein Händchen für, äh, Filme, die halt einfach dem Publikum gefallen könnten und die quallen ihm dann auch. Und er ist da auch sehr dankbar, also auch hier wieder seine ganze Promotour zu dem Film, das ist dann schon, äh, süß mit anzugucken, wie er sich da über jeden einzelnen Fan halt wirklich auch freut und das nehme ich ihm auch wirklich ab. Ja, man, man weiß ja immer nicht, äh, bei so Schauspielern, wenn die, äh, quasi im realen Leben irgendwo auftauchen, ob das, wie viel er jetzt fake ist und wie nicht, aber ich finde, dass er zumindest so einen authentischen Eindruck erweckt und man ihm das auch abkauft, wenn er sagt, er, er macht diese Filme für die Fans und, ja. Und ich finde, dass er halt über die ganze Zeit, über von Top Gun weg, über das, was er heute macht, so kaum an, an, an dieser, an dieser Star-Power verloren hat, dass er halt immer noch ein Zugpferd ist. Ja, dieses Jugendhafte. Ja. Und, ähm, ungeachtet seiner persönlichen Überzeugungen, hast du es eh schon erwähnt, finde ich, dass er trotzdem immer so sehr sympathisch auch rüberkommt und, ähm, ja. Ja, und ich finde auch, er ist, ähm, er ist jetzt vielleicht nicht so der begnadeste Schauspieler, aber es macht einfach Spaß, ihm auch zuzuschauen und, ähm, er hat auch so ein bisschen von diesem Cruisen-Overacting, was jetzt gerade bei Jeremy Guire so vorrangig war, das hat er auch ein bisschen abgelegt und, ähm, ist da jetzt so ein bisschen auch, ja, selbstironischer geworden, also auch sich selber mit dem Augen zwinkern, es fällt einem jetzt gerade auch bei Fallout sehr, sehr stark auch immer auf. Genau. August Walker, gespielt von Henry Cavill, bekannt als Superman, also er ist quasi bei allen letzten DC-Verfilmungen als, äh, Superman, war er mit dabei. Man of Steel, dann. Man of Steel, Justice League, äh, Batman vs. Superman und, ähm, wie ich finde, absolut super besetzt, passt. Der hat eine physische Präsenz, der Mann. Ja, das ist Wahnsinn, das ist, also, da gab es auch die eine oder andere Szene und gedacht, er ist so, oh mein Gott, ich gehe jetzt mal in Deckung, aber das war ja erst in der Leinwand und du bist auf deinem Kinosessel, aber das war wirklich so, oh mein Gott. Wenn der, ich glaube, wenn der vor dir steht, dann sitzt er auch erst mal bis drei oder so. Dann, ähm, bei Codename Uncle hat er noch mitgespielt und Tudors. Ich glaube, das war so ein bisschen auch sein, sein, ja, Durchbruch kann man ja nicht sagen, weil die haben ja so viele Filme dann auch, äh, gespielt im Vorfeld, also er hat sehr viel gemacht, aber ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben. Und was natürlich noch Interessantes zu erwähnen ist, er trägt ja in diesem, ähm, in diesem Film jetzt einen Schnauzbart. Ja, ja, ja. Und wie man ja vielleicht weiß, äh, hatte er quasi schon mit den Dreharbeiten zu Mission Impossible Fallout begonnen, als Nachdreharbeiten zu Justice League fällig waren. Und da gab es ja dieses, ähm, dieses Problem, dass er den Bart nicht abrasieren durfte, aber Superman mit Schnauzbart halt doof aussieht. Und da mussten sie halt digital den Bart retuschieren in Justice League und das sieht man manchmal. Ja, aber mir ist das jetzt gar nicht so auffallen und wir haben den nur damals im Kino gesehen und da habe ich auch überhaupt nicht so drauf geachtet. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist halt schon krass, weil man denkt sich, ja, wieso ist es, es ist doch viel billiger, einfach dem einen Bart anzukleben, das merkt doch keine Sau. Äh, nein, die haben da offensichtlich so auf ihr Recht gepocht, äh, dass, dass der den nicht abnehmen darf. Vielleicht ist es aber auch einfach komfortabler, wenn du deinen eigenen Bart halt hast, anstatt dass du dir einen anklebt. Ja, aber es ist halt jetzt rein so Kosten, Nutzen. Ja. Also wenn, wenn, was weiß ich, jetzt DC, ähm, oder Warner, äh, jetzt dem, der anderen Studio halt Geld gezahlt hat und gesagt, pass auf, ähm, hier hast du eine Kompensation, das wäre immer noch wahrscheinlich billiger gewesen als die CGI-Effekte, die sie jetzt gebraucht haben, um den Bart weg zu rettischieren. Ja, aber das war jetzt, glaube ich, einfach so, wer kann am längsten und wer, oder wer hat den längsten und in dem Falle hat halt Tom Cruise gewonnen und gesagt so, nee, der kommt genau so vom Set wieder, wie er vom Set, äh, gegangen ist, also deswegen, da hat er sich, glaube ich, einfach durchgesetzt. Super. Äh, dann auch schon erwähnt, der Wing Rames als Luther Stickle ist in allen Mission Impossible schon vertreten und auch, ähm. Und zwar als einziger. Als einziger. Neben, neben Tom Cruise. Tom Cruise, genau. Ähm, ist unter anderem auch bekannt als Pulp Fiction, ähm, Marcellus Wallace. Genau, und hat, äh, auch sehr, sehr viele Filme auch gemacht. Hauptsächlich ist er der typische Nebendarsteller. Ja, ist er ja auch. So ein Brummbär. Ja, ein riesiger Brummbär. Dann auch, äh, Benji Dunn ist der Simon Peck, der unter anderem, äh, dem breiten Publikum in der Cornetto-Triologie bekannt wurde, die aus Shaun of the Dead, World's End und Hot Fuzz besteht. Oder besser gesagt, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und dann World's End. So ist die richtige Reihenfolge. Ähm, in Star Trek hat er auch mitgespielt. Als Scotty. Als Scotty, was sehr, sehr, also, ist es eh so, dass der komplette Star Trek-Cast perfekt gecastet ist. Ja. Die Besetzung, genau. Also inzwischen seitlich drei Star Trek-Filme, glaube ich, das war es. Und, äh, genau, Ready Player One, das ist so einer der neueren von ihm, so ein älterer noch, New York für Anfänger. Und, äh, genau, Mission Impossible 3 bis 5 hat er. Der hat sich ja mittlerweile schon ziemlich, äh, etabliert da in Hollywood, ne? Genau, das ist schon eine Hausnummer jetzt. Ja, von, 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 von typisch britischem Film, der da bei diesem komischen, äh, wie ist die Comedy Spaced, oder? Diese, diese TV-Serie. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Und, ja, mittlerweile hat sich die ja ziemlich nach oben gespielt, ja. Ja. So, und als, äh, nächste Darstellerin, oder die Hauptdarstellerin, schlechthin in den Mission Impossible-Filmen, weil sie jetzt auch schon beim zweiten, zum zweiten Mal dabei ist, äh, als Ilsa Faust, die Rebecca Ferguson, die absolut ebenbürtig hier neben Ethan Hand rumwütet, egal ob, äh, zu Fuß, zu Motorrad, zu Auto, zu, was weiß ich was, die Frau geht einfach ab wie Schmitzkatze. Ja. Und, ähm, bekannt ist sie unter anderem, also sie hat auch mitgespielt bei Live, äh, Schneemann, Greatest Showman, äh, Girl on a Train hat sie auch mitgespielt, Franz Foster Jenkins auch mitgespielt. Mhm. Rogue Nation, genau, hab ich ja schon erwähnt, in Mission Impossible. Die mag ich. Ja, die ist super. Also das ist, äh, wir haben ja auch zu Rogue Nation, haben wir ja auch das Making of mit angeschaut und da ist sie ja auch so erzählt, wie sie halt da wirklich, oder auch gerade die Stuntleute, die sind sehr beeindruckt auch von ihr, weil sie halt da wirklich, äh, auch Motorradfahren nochmal gelernt hat und, äh, sie ist da Feuer und Flamme und auch hier jetzt wieder, ist sie wieder auch hoch zu Bike und, ähm, auch beim Rogue Nation, da gab's ja auch diese Schwimmszene und, äh, die macht halt alles mit, die Frau hat einfach keine Angst, also das ist Respekt. Ich finde, die verkörpert auch so, so ein Stück weit so ein, äh, wie ich finde, sehr angenehmes, äh, Frauenbild im, in Hollywood, ähm, das sind so die, das sind jetzt keine Püppchen mehr, ja, also sie hat jetzt auch, sie ist jetzt auch nicht so die, sie, die, äh, äh, sie ist, sie ist eine, eine natürliche Schönheit, wie ich finde, ähm, aber jetzt nicht so, verstehst du, was ich meine, das ist nicht so Angelina Jolie, Tomb Raider, sondern das ist halt so eine, ja, es ist halt, sie hat halt so eine, ähm, kühle, erotische Ausstrahlung und nicht so dieses, äh, aufdringliche oder so, wo du halt so, ja klar, Sexbombe, also das springt einem halt nicht gleich so ins Gesicht und, äh, sie ist halt auch ein sehr, also sie zeigt auch Emotionen, aber nicht dieses Hysterische, wo du halt dann immer denkst, äh, Frauen, wieso muss das jetzt wieder so sein und, ähm, natürlich ist jeder mal hysterisch, egal ob Mann oder Frau, aber es wird halt, diese Hysterie, das wird halt meistens Frauen halt zugeschrieben und das macht's halt in den meisten Filmen dann halt auch immer so nervig, gewisse Figuren dann halt auch immer zu folgen, wo dann denkst du, ach, muss das müssen jetzt wieder sein und das ist sie halt gar nicht, also sie ist halt, ähm, das Beste, ja, zusammengefasst. Schön, 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 schön zusammengefasst, also die, also wie gesagt, keine Sexbombe, das ist aber trotzdem erotisch und halt, äh, die kann halt austeilen und das ist jetzt nicht so diese, ähm, Damsel in Distress heißt es im Englischen, also nicht so diese, ähm, Prinzessin in Not, die, äh, ständig irgendwie gerettet werden muss und selber eigentlich nur rumschreit, ähm, sondern halt eigentlich, ja, eine ebenbürtige Frau im. Ja, absolut ebenbürtig und das finde ich auch toll, dass sie jetzt, ähm, die Figur auch eingeführt haben und, ähm, ja, auch in der heutigen Zeit solche Figuren dann halt auch einfach dazusetzen, also, äh, zu dem, zu der Geschichte, das ist schon sehr wichtig. Dann, ähm, als, da haben wir auch schon erwähnt, als Gegenspieler der Solomon Lane, gespielt von Sean Harris, ähm, absolut super besetzt, finde ich. Wobei ich finde, dass der im Englischen, wenn man sich den Trailer anguckt, äh, noch mal eine echt, also noch eine viel andere Ausstrahlung hat durch seine Stimme. Ja, aber ich finde, die haben sie schon auch gut rausgesucht, also dieses Tiefe. Und gesetzt das... Das ist auch rauchende... Ja, ja, er hat schon seine sehr rauchige Stimme, ja, sie ist rauchige, man ist ja auch Engländer. Ja. Ähm. Woher kennt man den? Ja, der hat, äh, das Gesetz der Straße. Äh, Macbeth hat er mitgespielt bei der Neufel-Filmung mit Fassbänder. Mhm. Äh, Serena Prometheus war auch dabei. Ja, ja, er war so ein Techniker. Ja, genau. Ach, stimmt. Ah. Genau. Ah, verstehe. Dann, ähm, die CIA-Chefin gespielt, äh, oder namentlich Erika Sloan gespielt von Angela Bassett. Die ist, Angela Bassett ist ja auch ein Urgestein des amerikanischen Kino- und, und Fernsehs, äh, ähm, ähm, die gibt's schon ewig, die ist schon ewig dabei. Ja, die gibt's schon ewig, die Frau, die, äh, Strange Days hat sie mitgespielt, Olympus has fallen, äh, ihren absoluten Durchbruch hatte sie als, äh, Tina Turner, die sie gespielt hat in What's Love Got To Do With It, ähm, Black Panther war sie die Queen Mom. Die Mutter vom, äh, die Mutter von Black Panther. Von T'Challa. T'Challa. Äh, American Horror Story hat sie auch mitgespielt. Also sie ist sehr, sehr breit gefächert, also ihr Spektrum. Also sie spielt, glaub ich, überall damit. Ähm, dann die als neue Figur auch, äh, die White Widow, die weiße Widme, gespielt von Vanessa Kirby, die jetzt unter anderem auch bekannt wurde dem breiteren Publikum in der Netflix-Serie The Crown. Die wir auch grandios finden. Ja, die ist super, also kann man nur empfehlen. Da spielt sie Prinzessin Margaret. Mhm. Super. Das ist die Schwester. Das ist die Schwester von Queen Elizabeth. Genau. Dann hat sie auch mitgespielt ein ganzes halbes Jahr. Everest, alles eine Frage der Zeit. Also sie ist auch eine englische Schauspielerin. Dann auch hier wieder als ganz kleine Rolle, aber seit sie da mitspielt, ist sie irgendwie auch nicht mehr wegzudenken. Das ist die Michelle Monaghan als Julia Mead Hunt. Mhm. Die ist, ähm, ich hab's ja erwähnt, in Mission Impossible 3 hat sie ihren ersten Auftritt. Ja. Ähm, und in den folgenden ist ihre Rolle halt relativ klein. Ja. Also sie wird da eher in Rückblenden oder in kurzen Ausschnitten noch gezeigt. Ich glaube sogar, dass sie im Rogue, im Ghost-Protokoll überhaupt nicht vorkommt, sondern nur namentlich. Am Ende. Ach, am Ende. Ja, stimmt. Genau. Ja. Aber sonst, äh, eigentlich gar nicht. Nichtsdestotrotz hat man es nicht versäumt, sie jetzt wieder einzubauen, ne? Nee, im Phantom-Protokoll am Ende und Rogue Nation, glaub, gar nicht. Kann das sein? Nee, Phantom-Protokoll, Rogue Nation gar nicht, genau. Ja, so. Ja. Genau. Genau, Rogue Nation. Oder nur in der Rückblende oder irgendwie so, ich weiß nicht. Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ich auch nicht, ja. Wir haben die erst kürzlich wieder geguckt. Ja, die haben wir super aufgepasst. Genau. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass sie, dass ihre Rolle da einfach so, wie soll ich sagen, dass sie halt auch dabei ist, sondern es hat durchaus Sinn und verleiht dem Ganzen nochmal so eine, so eine emotionale Note, finde ich. Ach, dieses Gesicht. Ihr könnt das Gesicht jetzt nicht sehen. Ja, weil ich habe jetzt vorhin, wo ich das jetzt nochmal so durchgegangen bin, ich fand halt, also im dritten Teil spielt sie halt seine Verlobte und sie heiraten ja auch und dann wird das Ganze nochmal im vierten Teil aufgearbeitet, dass das halt quasi einfach nicht funktioniert, dass er halt seine Arbeit nicht machen kann, wenn er die ganze Zeit auf sie aufpassen soll und sie trennen sich dann halt, sie versteckt sich eigentlich durchweg nur, ja. Und es ist halt irgendwie, ich finde ihre Idealisierung etwas fragwürdig. Also weil sie ist schon auch seine Traumfrau und es ist wohl auch tragisch, dass sie nie mehr zusammen sein können, aber der Podest, wie sie jetzt zum Beispiel in Fallout dargestellt wird, finde ich einen Ticken zu hoch. Und so spielt sie dann leider halt auch. Ich weiß nicht, was für Regieanweisungen man ihr gegeben hat, so quasi spielen mal die glorifizierte Frau von Ethan Hunt und so schwebt sie irgendwie auch so durch die Kulissen und ist mir jetzt gerade nochmal, also ich finde es ist, mir ist das ein Ticken too much. Ja, können wir nachher nochmal drüber reden. Genau. Habe ich jetzt gespoilert? Nein. Okay. Weil du so guckst? Nein. Gut. Die Liste ist lang. Ja, sie hat in sehr, sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt. Boston, Sleepless, Pixel, The Best of Me, True Detective in der ersten Staffel, Source Code. Als Frau von Woody Harrelson. Ja, Stichtag, In Eagle Eye, Verliebte in die Braut, Gone Baby Gone, Kaltes Land, Kiss Kiss Bang Bang. Ist aber jetzt auch eine Darstellerin, die so keinen Film trägt, gell? Also die ist nie so ganz oben angekommen. Ich meine, Verliebt in die Braut, da hat sie die Hauptrolle. Ach, okay. Naja, also war jetzt auch. Und In Eagle Eye hat sie auch, also sie hat schon auch die Haupt, schon auch immer die Hauptrollen, wenn, meistens, aber dazu ist sie einfach zu, sie ist halt nicht tough genug. Also sie wirkt auch nicht tough, null. Also sie ist viel zu so. Aber sie ist sympathisch. Ja, das ist sie. Sie ist süß und sympathisch und alles, aber egal. Weiter im Text. Ja, dann noch der Alec Baldwin als Alan Hunley, der auch schon seit gefühlt 100 Jahren beim Film ist. Im Gewissen ist es, ja. Ich glaube aber, dass sich die Abwechslung, man merkt es nur nicht, die Baldwin-Brüder. Meinst du? Ja. Okay. Bekannt und Departed, wenn die so einfach wäre. 13 Rock hat er ja die ganzen Staffeln mitgespielt. Dann hat er auch mal Jack Ryan gespielt als Jagd auf Roter Oktober. Mercury Puzzle. Ach, der hat auch unendlich viele Filme gemacht. Und unter anderem ist er ja auch sehr beliebt jetzt wieder geworden als Donald Trump-Persiflage in Saturday Night Live. Ah, stimmt. Ja, da hat er wieder Zulauf bekommen. Genau, weil er ist ja eigentlich, ja, er ist jetzt nicht so der Sympath. War ja auch jahrelang mit Kim Basinger verheiratet. Hatte der nicht auch mal eine Rolle bei Friends? Ja, hatte auch eine Gastrolle. Ja, war da auch lustig. Genau. Ja, dann bin ich durch. Ja, haben wir jetzt auch eine lange Liste von Darstellern. Ja, ich habe es auch sehr ausführlich, oder? Ah ja, da müsst ihr durch. Genau, die haben aber auch alle so viel gemacht. Da müssen sie durch. Na gut, dann würde ich sagen, verlese ich mal den Pressetext, der dafür umso kürzer ist. Manche Entscheidungen lassen dich niemals los. Mission Impossible Fallout zeigt Ethan Hunt und sein IMF-Team zusammen mit bekannten Verbündeten in einem Wettlauf gegen die Zeit nach einer missglückten Mission. Henry Cavill, Angela Bassett und Vanessa Kirby vervollständigen den starken Cast, während Filmemacher Christopher McQuarrie die Regie übernimmt. Oh. Ja. Das war's. Nicht sehr... Wer braucht's auch nicht. Nicht sehr ergiebig. Ja, äh... Wollen wir denn über den eigentlichen Film mal anfangen zu reden? Ja. Ja, du hast... Wie war denn unsere Erwartungshaltung? Ich glaube, den meisten dürfte sie bekannt sein, aber vielleicht nochmal... Die war ja immens. Ja. Also... Es ging los mit dem Trailer. Ja, den wir, glaube ich, gefühlt auch schon tausendmal gesehen haben. Der auch in den Shownotes verlinkt ist, könnt ihr euch den angucken, in Englisch. In Englisch. In Englisch, der wirklich einer der besten Trailer, den ich in der letzten Zeit sehen durfte. Ja. Ja. Und, ähm, das... Wie ihr wisst, wir sind da ja sehr empfindlich, wenn's um die Trailer geht, wie die geschnitten sind und, ähm, deswegen hat uns der wirklich aus den Socken gehauen. Ja, und immer noch. Und damals eben die Vorfreude dann, wow, es kommt ein neuer Mission Impossible und wow, sieht der Trailer gut aus und seitdem sind wir gehypt. Ja, absolut. Das war so. Ja, deswegen haben wir ja auch dann am Donnerstag gleich geguckt, dass wir eine Karte kriegen. Dann lief die Vorstellung auch noch zu einer Zeit, die sich mit unserer, mit unserem Beruf vereinbaren ließ. Und dann saßen wir da um 17 Uhr... 45? 45. Um's genau zu sagen. Genau, am Donnerstagabend im Kino und haben uns, ja, hartende Dinge, die uns, die da kommen sollten, ne? Ja, und wie war so dein, dein erster, erster Eindruck? Wow. Wow. Wow, also es ist halt, ja. Wow, also es ist wirklich Wahnsinn. Also Film ist, der ist keine Sekunde langweilig. Du wirst dadurch gepeitscht, aber auch nicht, dass es dich stresst. Es ist jetzt nicht anstrengend, es ist halt einfach nur spannend und die Actionsequenzen sind der Wahnsinn. Die Story ist halt immer ein so typisch Spionagefilm, also wer mit wem und überhaupt und Wendungen und für mich alles auch absolut mit Sinn und Verstand. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, jetzt schreiben wir jetzt das mal, dass die Figur wieder da an dem Platz ist, wo wir sie haben wollen. Wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, ich bin da jetzt aber auch nicht so derjenige, wo man so, oh, ist das jetzt wieder unlogisch. Also wer da was zu meckern hat, der tut mir leid. Ich finde, dass Mission Impossible Fallout ist so die Blaupause des modernen Actionkinos. Also wenn jemand, also es gibt ja Leute, die verteufeln Blockbuster-Kino. Ich kann sowas ja nicht nachvollziehen, weil ich finde, es hat alles so seine Existenzberechtigung. Uns steht auch manchmal der Sinn nach etwas ruhigerem und ernsterem, aber wir haben sehr viel Spaß am Blockbuster-Kino. Aber natürlich gibt es auch dummes Blockbuster-Kino und ich glaube, dass, ja, das ist so Hit or Miss. Manchmal macht es Spaß, manchmal nicht. Aber Fallout ist halt wirklich so der Prototyp, wie modernes Blockbuster-Kino auszusehen hat. Aus meiner Sicht ist es extrem kurzweilig. Es ist vor allen Dingen auch noch ein gutes Stück weit Handwerk dabei. Damit brüstet sich diese gesamte Reihe ja schon immer, dass so viel wie möglich halt ohne CGI gemacht wird. Und das merkt man, ja, also natürlich hängen auch da hier die Stars an irgendwelchen Drähten und werden gesichert. Aber das ist immer noch was anderes, wenn man irgendwo mal ein Draht rausretuschiert, als wenn man jemanden vor einem Greenscreen rumschweben lässt. Ja, ja, ja. Und das merkt man halt einfach. Ja, das stimmt. Ja, und das ist einfach eine Physis, ja, dieser Film, die dieser Film ausstrahlt. Einfach sowas. Ja, auch das, ich meine, letztendlich, das hat man im Trailer auch schon gesehen, dass einige Szenen auch in Paris spielen. Ja. Und wenn man dann halt einfach dann sieht, wie die halt da in dieser Stadt halt agieren, dann ist das einfach so, oh mein Gott, da muss ich halt auch hin. Also es ist halt auch immer so ein bisschen, und es zieht sich ja auch durch alle Filme, dass die halt auch wirklich größtenteils wirklich auch an den Schausplätzen sind, wo sie sagen, Ich meine jetzt zum Beispiel der, manche Sequenz, da heißt es dann so, sie sind da, aber sie sind dann woanders, weil die Landschaft da halt eher so aussieht, wie sie da eigentlich sein sollten. Aber jetzt, es ist halt auch wieder so ein bisschen wie so ein kleiner Reiseführer. Also, und es ist halt einfach cool mit anzuschauen, weil man da einfach auch Lust bekommt auf die Welt da draußen, weil sie halt einfach toll aussieht. Ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, natürlich ist es schon, kann man schon davon ausgehen, dass die Filmreihe, also dass die Autoren erstmal von den Actionsequenzen ausgehen und sagen, Okay, das wollen wir drin haben, das wollen wir drin haben, das wollen wir drin haben. Aber es gehört dann doch auch einiges dazu, das dazwischen einfach so zu schreiben, dass es halt passt. Ja, und nicht, dass es halt nicht dumm wirkt und dass man sich zwischen den Sequenzen langweilt. Und er ist jetzt nicht komplett pausen- und atemlos, sondern er hat auch seine ruhigen Momente, aber auch die, das ist so ein bisschen, ja, ich meine, sie haben die Figuren, die sie jetzt in den letzten beiden Filmen hatten, die haben sie jetzt konsequent mitgenommen in den, in den sechsten Teil und jeder bekommt so seine Momente und jeder darf so ein bisschen glänzen und, ja, also vor allem wie so eine Figur wie, wie den, den Luther Stricker, der Wing Reims, finde ich schon, dass der verdient die Screentime, die er bekommt. Das stimmt, ja. Und dafür, dass du halt diesem Franchise auch schon so lange treibst. Ja, das stimmt, ja. Der ist meistens halt immer nur so, ja, Ethan, du darfst jetzt da sein und jetzt go und ich habe jetzt den Knopf gedrückt und letztendlich kann er jetzt hantieren und es ist schon ein bisschen ausgebaut worden jetzt auch in dem Film. Ja, ohne jetzt zu spoilern, aber er ist so ein bisschen der Vermittler, oder? Er ist seine Mami. Ja, irgendwie schon, gell? Der passt so ein bisschen auf. Ja, absolut. Ja, fand ich, fand ich cool gemacht. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass einem der Film jetzt in den emotionaleren Momenten irgendwie auf die Nüsse gehen würde, sondern ich finde, dass das durchaus auch, ja, seine Momente hat. Ja gut, über die Action, glaube ich, brauchen wir nicht viel sagen. Ich meine, in den Trailer deutet es schon an, aber ich kann euch sagen, das, was die da auf die Leinwand werfen, das ist unfassbar. Ja, also da sind Sequenzen dabei, die dermaßen spektakulär sind. Natürlich der Showdown sowieso, der hat mich irgendwie auf der Kante meines Kinositzes... Ja, ich habe ab und zu mal rüber geschaut, da hast du genauso geschnauft wie die zwei. So, Fingernagel kauen. In dem Film, ja, ja. Und, aber auch sonst, das, ja, wir können ja im Spoiler-Teil nochmal auf einzelne Sequenzen eingehen, die uns da besonders beeindruckt haben, aber das ist par excellence. Dieser Tom Cruise, der schießt und läuft und springt und fliegt und unglaublich und fährt und... Ja, ja, es ist Wahnsinn einfach. Also wie gesagt, der Mann ist 56 Jahre alt, also es ist unglaublich, wie fit der ist. Der ist so fit und du, du, ich glaube, der schwitzt nicht mal währenddessen. Tom Cruise schwitzt. Der schwitzt einfach nicht, also das ist, ich weiß ja, ich kann mir auch echt... Ich glaube auch nicht, dass der fünf Meter oder zwei Meter läuft und dann tun sie einen Abtupfen und dann läuft er wieder zwei Meter, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, glaube ich schon. Ja, ja, glaube ich nicht. Ist ja ein Film. Ja, aber der ist trotzdem so fit. Ja, ja, fit ist er schon. Ich finde auch, dass der so, ähm, der ist, der ist gereift als, also äußerlich, das ist jetzt nicht so, man merkt ihm sein, also merkt schon an, dass er älter geworden ist, also wenn man sich so die Fotos vom ersten Mission Impossible an, da sieht er ja aus wie ein Schuljunge. Ja, wie so ein Baby. Ähm, man sieht es ihm schon an, also Gesicht, also das ist schon ein bisschen faltig geworden, aber es ist, äh, trotzdem ist es nicht so, dass diese Rolle unglaubwürdig ist. Ja. Das ist ja immer so die Gefahr, die ich zum Beispiel auch bei jemandem wie Liam Neeson ständig sehe, dass ich sage, okay, irgendwann kommt die Rolle, die man ihm dann nicht mehr abkauft. Ja, ja, weil der ist ja auch so, ähm, zwar nicht so erfolgreich wie, wie Tom Cruise jetzt mit Mission Impossible, aber der geht ja auch trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch in diese Action, äh, Schiene, ja, mit seinem Taken, mit seiner Taken Trilogie und, äh, was haben wir zuletzt geguckt, dieser Commuter. Ja, ja, wie gesagt, äh, Action Sequenzen, Mission Impossible ist sowieso gesetzt eigentlich und jeder, der dachte, das, was man in Rogue Nation gesehen hat, kann man nicht mehr toppen. Sie schaffen es halt immer noch. Ich war ja, ähm, der Meinung, dass, also Mission Impossible, Rogue Nation, also Teil 5, hat die, eine der besten Motorradverfolgungsjagden, die ich jemals gesehen habe. Ja, ist jetzt auch schon wieder hinfällig. Die, ja, ist, äh, hat man mal eben so noch getoppt. Ja, ist Wahnsinn, ja. Das ist, äh, was, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug, äh, loben, was Christopher McQuarrie da inszeniert hat. Auch umso erstaunlicher bei der Regie Vita, die er vorzuweisen hat, nämlich drei Filme, ähm, absolut unglaublich. Ja, ja, der, ähm, der hat sich da jetzt einen, einen Stand, also erarbeitet, würde ich jetzt sagen, im, im, im Actionfach, ähm, ähm, da muss, muss man erstmal rankommen. Ja, ich denke schon auch, dass der mit Tom Cruise halt einfach wahnsinnig gut harmoniert, äh, harmoniert. Ja, genau. Seit Jack Reacher. Ja, und dass die sich da wirklich da, äh, auch, ähm, gegenseitig auch bereichern und, ähm, Nicht nur das Bankkonto. Ja, nicht nur das Bankkonto. Und, äh, ich glaube auch, äh, dass, ja, natürlich er auch von Tom Cruise jede Menge auch gelernt hat, weil er ist auch, also, wenn wir es jetzt mal so glauben, er ist ja auch Produzent und er ist auch wirklich, einer, der halt vor und hinter der Kamera halt wahnsinnig, also vor der Kamera viel macht, hinter der Kamera viel macht. Also er ist auch immer am Set anscheinend, von morgens bis abends. Und, ähm, also, der guckt schon auch, dass der Film, den er da jetzt da gerade dreht, oder wo er da mitproduziert, dass das halt genau perfekt ist, wie er es halt möchte. Und, dass der da auch ein bisschen so mitgewirkt hat, ähm, ja, aber wie viel natürlich dann so ein Christopher McQuarrie da jetzt zu verdanken hat, oder auch nicht, ist natürlich schwer zu sagen, würde ich jetzt so. Ja, ich würde, ähm. Ich will ihn jetzt aber auch nicht hier, ähm, eine Stufe runter machen. Ja, da hast du was angesprochen. Also es ist schon die Gefahr, also ich weiß, oder man weiß ja, dass das, äh, Tom Cruise's Franchise ist, der halt auch als Produzent agiert und als Hauptdarsteller. Und ich glaube schon, äh, wirklich sehr vereinnahmend ist, äh, wenn es um den kreativen Prozess geht. Und ich glaube, dass man da als Regisseur schon mit umgehen können muss. Aber ich glaube, dass die beiden, also es ist jetzt nicht so, dass er, ähm, dass Christopher McQuarrie da sein Licht unter den Scheffel stellen muss. Und Tom Cruise, ähm, glaube ich, also weiß auch, äh, um seinen Regisseur, also was er da, und wenn die Chemie halt zwischen den beiden stimmt, dass auf der einen Seite er halt als Star und als Produzent da sehr mit am kreativen Prozess beteiligt ist. Aber trotzdem brauchst du, wenn du dann mit einem Regisseur auf einer Wellenlänge bist und dem auch vertrauen kannst, glaube ich, ist es schon was werden. Deswegen ist es ja auch entgegen der ursprünglichen Aussage von Tom Cruise, äh, jedem, äh, jedem Film einen eigenen Regisseur zu geben, ist es halt jetzt auch schon der Zweite. Äh, äh, und die, die haben sich, genau, die sind Best Buddies, Best Friends Forever. Ähm, und wer weiß, angeblich haben sie ja jetzt, äh, mit, also, das Witzige war ja, dass, äh, Christopher McQuarrie nach, äh, Teil 5 gesagt haben soll, also, wer auch immer den Nächsten macht, viel Spaß dabei, das zu toppen. Und wie sich halt herausstellen sollte, war halt jetzt er derjenige, der das machen musste und, äh, hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und, ja, verdammt, ist das, ist das ein geiles Ding geworden. Ja, absolut. Ja, wirklich. Und auch hier nochmal die Kamera. Also weil, also gerade die, diese Motorradsequenzen, wo du jetzt erwähnt hast, in, in Paris, wo die man ja auch so ein bisschen im Trailer aussieht, und, äh, die komplette Verfolgungsjagd, die da abgespielt wird, das ist, also, als ob du wirklich auch auf dem Motorrad sitzen würdest und hinten dran. Aber auch da nicht dieses, äh, hektische Handkamera-Gedöns, wo du dann halt einfach den kompletten Überblick irgendwann mal verlierst. Das ist die ganze Zeit straight dabei. Und das ist halt, du wirst da durch diese Stadt gejagt. Und das ist der Wahnsinn. Also, das ist wirklich, also, ich hab noch nie so gute Verfolgungsjagd gesehen wie das. Also, das ist der Wahnsinn. Hat Mission Impossible eigentlich generell mal diesen Handkamera-Tick gehabt? Ich wüsste jetzt nicht. Nee, diesen Wackelkamera. Ich mein, Steadicam kommt immer zum Einsatz, kann man davon ausgehen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern an so Wackel-Exsätze. Nee, gar nicht zum Glück nicht. Und das rechne ich diese Reihe auch hoch an, weil das hasse ich, ja. Ja, ich glaub, das, er ist halt, ich glaub, deswegen waren wir ja so ein bisschen verwundert, weil Tom Cruise, weil dieser Film jetzt tatsächlich mein 3D ist. Weil Tom Cruise ist schon auch einer, der, wenn er einen Film dreht, und das betont er ja auch immer bei den Dreharbeiten oder bei den Making-ofs dann auch, er denkt halt auch an sein Publikum. Und ich glaub, er ist halt auch so einer, der, wenn er im Kino hockt und so eine Wackelkamera, dass er dann auch denkt, so, da kann doch kein Mensch da irgendwie mitgucken. Das ist doch einfach auch nur so ein bisschen des Effekts ein bisschen. Und dass man auch da schnell den Überblick verliert. Und ich glaub, dass er dann einfach sagt, so, nee, also mein Film nicht. Oder zumindest in dem Franchise nicht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ist ja auch jetzt nicht in 3D gefilmt, sondern in 2D ist wieder konvertiert. Vielleicht war das auch wieder eine Studieentscheidung. Ihr wisst ja mittlerweile, die, die uns schon länger hören, dass wir keine 3D-Fans sind. Und gerade jetzt in dem Fall, der Film ist auch in 2D schwindelerregend genug. Ich kann mir nicht vorstellen, den in 3D zu sehen. Ich glaub, das wird echt anstrengend. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Naja. Gibt's sonst noch was, was du irgendwie besonders lobend erwähnen möchtest im spoilerfreien Teil? Ich bin jetzt nicht bei sich. Ich glaub, wir haben uns auch schon bei den Darstellern auch darüber ausgesprochen, dass wir die alle super besetzt finden. Der Film ist nicht zu lang. Gar kein Fall. Nein, überhaupt nicht. Der wirkt auch nicht zu lang. Ja. Ich würd sagen, kommen wir mal zu einem spoilerfreien Fazit. Ja, schaut ihn euch an. Also, falls ihr es noch nicht getan habt. Also, egal, was für ein Wetter da draußen ist. Also, ihr könnt auch immer einen Tag nicht ins Freiburg gehen. Oder an den See oder was weiß ich. Oder whatever. Auf dem Sinn, Kinos klimatisiert. Genau, also, ich mein, das ist eh diese Sommerflaute, wo er jetzt gerade in diesen deutschen Kinos herrscht, die ja mitunter natürlich auch mit der WM begünstigt worden ist und jetzt aufgrund dieses Wetters, ich mein, es gibt im Sommer keinen besseren Zufluchtsort als das Kino. Genau. Wenn die Klimaanlage funktioniert. Da muss man dann fast nur überlegen, nehme ich vielleicht noch eine Jacke mit oder so, falls mich es dann friert. Also, zwei Stunden frieren, dann ab ins Kino. Und das ist, glaube ich, der beste Film dafür. Ja. Und falls es noch nicht deutlich geworden ist, Mission Impossible Fallout hat sich auf Platz 1 unserer Mission Impossible Liste katapultiert. Ja. Ist aus unserer Sicht schwer zu toppen. Wenn ihr Rogue Nation mochtet, dann werdet ihr Fallout lieben. Ja. Ja, Fallout ist für uns der Höhepunkt dieser Reihe und auch der Höhepunkt dieses Sommers. Ich glaube, das wird schwer zu toppen sein. Und generell ein Juwel in Sachen Action-Blockbuster. Ja. Und zwar auf lange Zeit. Also, da haben sie sich mal wieder zementiert. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch diesen Film an. Kurz, zweiligere, zwei Stunden, 22 Minuten werdet ihr diesen Sommer wohl kaum finden. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz unseren Spoiler-Alarm. Ja, lass uns doch mal über deine Lieblingsszenen, über unsere Lieblingsszenen sprechen. Ja, vielleicht habe ich es jetzt auch, ich kann es noch gerne zum dritten Mal erwähnen, das ist halt einfach der Verfolgungssack durch Paris. Weil das ist halt, also auch hier wieder, das ist jetzt nicht, wie lange geht denn die? Also, die geht ja los. 20 Minuten, 30 Minuten, nee, Quatsch. Pass mal auf, die geht ja los, als sie den Solomon Lane befreien wollen. Ja, tun, also anders als, ja, auch hier wieder, viel, so und wir machen es eigentlich so und dann ist es eigentlich ganz anders und dann Masken und so. Also das ganze, genau, also da kommt ihr auch voll auf eure Kosten und ja und auch hier wieder, es gibt immer wieder so kleine Pausen in dieser Verfolgungsjagd, aber das ist halt einfach, also cooler geht es gar nicht mehr. Es ist eine, aber dann kurz mit Verschnaufpausen und aber es ist Wahnsinn, also und vor allem auch hier wieder, da hat man so Lust jetzt Paris anzuschauen, also wir waren ja noch nicht da oder ich war noch nicht dort und es ist so cool, es ist so unglaublich cool und gerade wo dann halt um den Triumphbogen und ich weiß gar nicht, wie viele Spuren es da gibt und dann fährt er auch noch als Geisterfahrer da rein und Wahnsinn. Also und du bist halt als Zuschauer die ganze Zeit halt mit dabei, also wirklich mit dabei und denkst nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, also ja. Es geht ja los mit diesem Transporter, wo sie dann absichtlich, offensichtlich in so eine ganz enge Gasse reinfahren, wo der dann stecken bleibt, damit sie den Verfolger blockieren, dann steigen sie durch die Windschutzscheibe aus, steigen um auf Motorräder und dann geht es halt weiter. Ja, ja, genau. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die Verfolgungsjagd im Teil 5 schon genial war, das war aber irgendwie so eine gottverlassene Passstraße, wo hin und wieder mal ein Auto daherkam oder so eine Schnellstraße, eine Gerade und jetzt ist es halt mitten im Pariser Stadtverkehr. Ja. 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 Hast du irgendwie den Eindruck, du klebst hinten auf dem Sozio von dem Motorrad und du wirst gleich in den Gegenverkehr rauschen und alles ist zu spät. Und auch dann mündet das ja in dieser, dass er über diese Motorhaube fliegt, was ja auch so eine geile Szene ist und dann halt in die Kanalisation dann entkommt. Das ist auch cool. Mit dieser Einstellung, mit diesem Licht in diesem Tunnel da. Ja. Was auch cool war, das war dieser Halo Jump. Oh ja. Wie sie überhaupt nach Paris kommen. Ja, genau. Und weißt du, was Halo die Abkürzung ist? High Altitude. Low. Also quasi du tust hoch springen und genau niedrig den Fallschirm öffnen. Low Opening, genau sowas. Also hoch abspringen, tief öffnen. Genau. Und da springst du ja mit Sauerstoffmasken ab. Das gibt es durchaus. Das hat er ein Jahr lang, hat er das geübt. Also das muss man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Typ macht das selbst. Er macht einen echten Halo Jump. Er hat das trainiert. Es ist nicht nur ein Take und es ist ein One-Take. Mit ihm springt jemand mit einer IMAX-Kamera darunter, der ihn von unten filmt. Ich habe mal irgendwie so ein Review gelesen, der das beschrieben hat. Ja, da springt quasi jemand mit einer IMAX-Kamera auf den Bauch rückwärts vor Tom Cruise darunter. Eat this, Christopher Nolan. Ja, absolut. Das ist echt. Also wirklich auch nochmal getoppt. Und vor allem das sieht man im Trailer. Also man sieht im Trailer schon auch, dass es diesen Jump halt gibt, wie sie sich darauf vorbereiten. Was du aber dann nicht siehst, ist, dass unterhalb des Flugzeuges ein Gewitter herrscht. Ja. Oder dann nur denkst du so, oh mein Gott. Und er möchte ja eigentlich so, vielleicht sollte man nicht, weil er ist halt einfach, er ist jetzt kein Angsthase. Er sagt halt einfach, es ist gefährlich. Genau, Sicherheit geht vor allem. Und der Henry Cavill halt als August Walker so, äh, 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 äh. Ja genau, Stiernacken. Ja, der Stiernacken, der springt halt einfach und er springt halt hinter ihm her und dann rettet er ihn auch noch und er merkt es gar nicht. Und dann sagt der Henry Cavill noch so quasi, aha, hast du seinen Sauerstoff verloren. Weil er, Tom Cruise hat ja seinen Sauerstoff ihm dann gegeben, um ihn zu retten. Und das ist dann der Dank. Und, ähm, das ist schon auch sehr cool. Das war allein so, wie sie die Szene aufgebaut haben. Er geht halt erstmal an diese Laderampe vor. Mhm. Und dann geht die Kamera mit und, und schnitt und denkt so, oh mein Gott. Ja, ja. Also unten diese dunklen Gewitterwolken und er steht da auf dieser Laderampe. Denkt so, hm, nee, vielleicht nicht so gut. Und läuft wieder zurück und der andere, ich laufe jetzt. Ich spring jetzt und dann springt er. Ja, das ist schon sehr cool. Ja, und dann sind sie ja, dann treffen sie ja in Paris dann zuerst einmal auf die, die Weiße Witwe. Mhm. Die, äh. Fandst du jetzt nicht so toll in ihrer Rolle? Nein, nicht so. Also ich fand die Vanessa Kirby in, als Prinzessin Margaret, ähm, absolut sehenswert. Die hat sie gespielt mit einer Intensität, aber die Weiße Witme, da war halt, weiß ich nicht, die hat sie irgendwie komisch gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht, was für Anweisungen die da bekommen hat, aber das sah immer so aus, als ob sie, auch wie sie halt Tom Cruise halt immer so angafft. Also wirklich angafft. Ja, die ist ja auch, die ist ja auch, die ist ja auch geil auf den. Ja, ja, aber das ist dann auch, aber immer mit dieser Art so erschieße ich ihn jetzt oder küsse ich ihn jetzt und das ist so, ja, auch nicht irgendwie, das ist auch nicht erotisch oder wo du dann denkst so, ja, hm, das ist halt einfach nur, die ist ein bisschen irre. Ja, genau, also meine Interpretation war auch so, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja, aber auch, als ob sie nicht bis drei zählen könnte, so sah sie immer ein bisschen aus. Das fand ich dann schade. Ja, die war schon, die war schon so ein Plot-Vehikel, die Frau, also die Figur. Die hat jetzt auch keine gewichtige Rolle, die war ja auch nur irgendwie Vermittler, Zwischenhändlerin. Denn es ging ja darum, dass sie das Plutonium wiederhaben wollten und es hieß, im Austausch gegen das Plutonium den Solomon Lane befreien. Also, ja, und dann ging es ja los mit dieser Aktion dann. Also erst mal haben sie sich ja getroffen in dieser Disco, was auch eine coole Sequenz war. Ja, es war schon auch cool. Also dieser Mann-gegen-Mann-Fight in diesem ziemlich vollen Raum dann, wo sie dann raus wollen mit ihr. Aber davor gibt es noch mal eine bessere Kampfsequenz in der Toilette. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Wo sie den Lark, diesen vermeintlichen Händler, der zu dieser komischen, wie heißt das, nicht Syndikat, jetzt heißt es anders. Die Apostel, ja. Die Apostel, ist ja egal. Ist so austauschbar. Ja. Spielt auch keine Rolle. Und dann gibt es so ein, ich dachte eigentlich im Trailer, habe ich immer irgendwie nicht aufgepasst und dachte Tom Cruise kämpft gegen Henry Cavill. Also, nee, man hat schon gesehen, dass es drei Leute sind. Aber es sind drei Leute und sie kämpfen zu zweit gegen so einen Chinesen oder Japaner. Der die Hälfte von Henry Cavill ist. Und der sich dermaßen den Arsch aufreißt. Ja, so krass. Und es ist so ein brachialer Kampf in so einem, naja, fast schon wie so einem Rheinraum, so einen perfekt weißen Toilettenraum, perfekt gefilmt, mit einer Wucht. Und auch dieser Henry Cavill, der ist ja eh noch trainiert, wie vom Superman, glaube ich, der hat gar nicht aufgehört zu trainieren, der hat einfach weitergemacht. Ich finde aber, er wirkt bulliger als bei Superman. Das liegt vielleicht auch am Kostüm. Meinst du? Ja, aber wird es am Superman-Kostüm, dass er nicht so bullig wirkt? Ja. Okay. Aber das ist schon durch, allein durch diesen Schnauzer dann und das, es gibt, ich habe es eh schon, wir haben eh schon kurz drüber gesprochen, es gibt so eine Einstellung später im Film, wo er so ein bisschen wutschnaubend auf einem Helikopter zugeht, es ist kalt, man sieht seinen Atem, das ist wie ein Stier. Wie so ein Stier, der irgendwie in der Arena und es ist brutal, was der für eine Ausstrahlung hat. Ja, Wahnsinn, ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, wie gesagt, Kampfsequenzen gibt es ohne Ende, ich finde es auch immer, ja, es gibt natürlich auch Schießsequenzen, aber die Kampfsequenzen sind halt immer und auch die besten und auch hier wieder die Ilsa Faust, Rebecca Ferguson, die kann hier austeilen und einstecken wie ein Mann und da kann sie auch immer ihr zeigen, was sie kann und das ist auch da wieder. Da kommt sie ja dann das erste Mal hinzu und rettet dann die zwei und erschießt den Adam Lark, woraufhin der Tom Cruise dann dem Adam Lark spielt und ohne Maske, weil es wurde ihm ins Gesicht geschossen. Das war auch lustig. Ja, man hat es ja eigentlich beim Schuss nicht gesehen. Also, man wusste nur, okay, er wurde erschossen und dann so, ja, wie soll man jetzt die Maske machen und dann gucken sie alle so runter und dann muss das eigentlich, also man sieht es als Zuschauer nicht, weil der Film ist ja FSK 12 und man kann es sich auch vorstellen. Ich meine, muss man ja auch nicht sehen, also das ist ja, er ist, natürlich wird hier Gewalt auch immer gezeigt, aber nicht der Gewaltwillen, sondern es ist halt einfach immer, ja, ist es halt, die sind Spione, ja, das ist kein Kindergarten, was die hier treiben, aber es ist jetzt nicht so, so diese Gewaltsexzesse, wie man es aus anderen Filmen immer so kennt, weil man denkt, oh ja, geil, Gewalt, Gewalt, das ist halt zum Glück, finde ich auch immer so toll an dieser Reihe, dass es nicht so zelebriert wird. Ja, und weißt du, was mir gerade einfällt, ist, was diese Action, zum einen natürlich die Gewalt im Sinne von Schlägereien, aber auch sämtliche Actionsequenzen so auszeichnet ist, die tun weh. Ja, trotzdem. Also die sind so inszeniert, das mag vielleicht einfach an dem wenigen CGI liegen, aber halt auch an der Kameraführung, du bist da so nah dran, dass dir das auch weh tut, wenn Tom Cruise halt fällt und irgendwo dagegen eine abkriegt und das hat auch was mit Sounddesign zu tun, dass du dich da so, uh, ne, immer so zusammenzuckst und, ah, und das. Ja, und auch da, ich meine, das ist auch dieses, früher hat man halt auch Superhelden immer oder Helden auch immer so inszeniert, so quasi, natürlich haben die sich geschlagen, aber letztendlich hat es ihnen nie wirklich wehgetan und es kam mir dann auch irgendwann mal die Zeit, ich glaube dann auch so langsam, wo dann James Bond wieder neu erfunden worden ist dann auch, dass auch ein James Bond bluten kann und das ist dann halt quasi auch nochmal so eine Revolution im Actionsequenz gewesen, dass halt auch Helden einstecken können und müssen und zum Schluss aber dann trotzdem die Sieger sind, aber das ist auch dann glaubhaft, also weil wenn sie dann keine Macken abbekommen oder keine, oder man sieht halt, dass es ihnen nicht wehtut, dann ist das halt auch unglaubwürdig. Was ich auch immer cool finde bei den Mission Impossible Filmen und das sind halt diese ganzen Gimmicks, die sie halt so ganz selbstverständlich einsetzen, da gibt es auch keinen Erklärbären a la Q, der dann halt vorher schon erklärt, was sie den ganzen Filmen überverwenden werden. Ja, aber wenn du das jetzt so sagst, dann müsste man ja eigentlich denken, James Bond ist ein bisschen doof. Nein, ich finde nur, dass James Bond, also natürlich ist es auch irgendwie so ein Markending von James Bond, aber die haben halt vor allem zur Brosnan-Ära, haben das übertrieben und ich finde Mission Impossible, also die Impossible Mission Force, was ja eh schon so ein absolut hanebüchener Name ist für eine Organisation, die darf halt Dinge, die James Bond in meinen Augen nicht darf, weil James Bond in Anführungszeichen nur ein MI6-Agent ist und eine real existierende Regierungsspionageabteilung, insofern hat James Bond in meinen Augen immer so ein bisschen diesen Grad überschritten zum Glaubhaften und Impossible Mission darf sich da austoben und die machen das auch, aber halt jetzt nicht, die machen das so im Vorbeigehen. Ja, stimmt. Also egal, was die einsetzen, es gibt keinen Erklärbären, das sind einfach Gimmicks, die sind einfach da, die sind meistens schon so optisch in Szene gesetzt, dass klar ist, was sie tun. Ja, also ich erinnere dich, ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das war, wo sie da auch so ein Teil hatten, das halt zum Schlösserknacken da ist, wo dann halt auf dem Bildschirm auch noch zu sehen ist, auf dem Display, wie gerade das Schloss geknackt wird. Sie halten das ja nur so hin und dann siehst du so ein Display, wozu, damit der Zuschauer weiß, das Ding knackt, jetzt das Schloss, aber es wird so im Vorbeigehen als selbstverständlich mitgenommen und das macht Mission Impossible aus. Aber ja, mir ist gerade was eingefallen. Die dürfen das, meiner Meinung nach. Was ist dir eingefallen? Und zwar, während des Schauens jetzt nicht so, aber jetzt gerade, weil wir jetzt wegen den Gimmicks und so, weil Mission Impossible lebt ja auch immer so davon, dass sie immer irgendwo einbrechen und irgendwie was holen. Gab's nicht. Genau. Gab kein Heist. Es gab kein Heist. Also es ist ja immer irgendwas unmöglich, irgendwo hinzukommen und dann muss der Ethan ja wieder irgendwo rumkraxeln oder rumschwimmen und so. Und das war der erste Film, wo das nicht so war. Hat jetzt nicht gefehlt, aber es… Stimmt, der erste Teil war es die Liste, die Noblist. Genau, da sind sie in Lengley eingefallen. Der zweite Teil war es dieses komische Bio-Waffen-Chimera. Im dritten Teil war es die Hasenpfote. Im fünften Teil ist er dann am… Vierten war es der Burschal-Rab, dieser… Im Serverraum, genau. Und im fünften war es dann dieses, auch ein Serverraum in diesem Wassergekühlten. Genau, ja. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Es gab immer ein Objekt der Begierde und eine unmögliche Mission. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gerade, wo du das mit den Gimmicks erzählst, dann ist mir das aufgefallen. Hat mich jetzt nicht gestört. Nö, hat mich auch nicht gestört, aber es lebt natürlich auch immer so ein bisschen davon. Und dann kommen sie ja doch nach London und das ist ja auch so geil, weil London ist ja diese Zu-Fuß-Verfolgungsjagd. Das ist in London, wo er doch dann läuft ohne Ende. Ja, 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 ja. Wo er dann halt, keine Ahnung, wo dann der Benji halt… Du musst jetzt kurz überlegen, weil er ist oft in London. Ja, ja, ja. Er ist auch wieder mit einer gewissen Selbstironie auch inszeniert und er läuft und läuft und läuft. Und das meinte ich dann vorhin. Das sind, glaube ich, diese ganzen Takes, wo halt wirklich nicht jede Minute dann gestoppt wird und er dann halt… Läuft er über so ein Dach, dann gibt es so eine Totale, wo du denkst, oh mein Gott, ich würde schon auf zehn Metern bei der geschwindet Pferde einfach nur sterben. Er ist wahnsinnig, wie der sprintet. Ich würde mich echt mal interessieren, ja, ja, dieser typische Tom Cruise-Lauf. Weißt du noch, bei Ding, da gibt es das Silicon Valley, wo doch in der, was war das, in der vierten oder fünften Staffel, wo doch dann der Entwickler gesagt hat, ja, er war jetzt draußen laufen und die letzten Meter hat er dann auch nochmal diesen dann gemacht, diesen Tom Cruise-Lauf. Wo er dann total fertig war mit den Nerven. Ja, aber nur so alt. Der hat so einen ganz bestimmten Laufstil, unverkennbar, so ein bisschen Terminator-mäßig. Ja, mich würde echt mal interessieren, was der für einen Trainingsplan hat und Essensplan. Also das… Wahnsinn. Ja. Der macht, glaube ich, auch nie Pause. Und dann von London geht es, glaube ich, direkt nach, was ist das, Kasachstan oder nee, Kashmir? Nein, Kashmir. Kashmir. In Indien, oder? Wo dann dieses Camp… Und das ist… Was haben wir jetzt da gesehen? Das war nicht Indien. Also zumindest die Sequenz mit dem… Nee, das war nicht Kashmir. Ja, das war doch… Afghanistan? Nein. Nee, nee, es war… Oder Kashmir? Jetzt haben wir wieder nicht aufgepasst. Es ist aber mit Schnee zum Teil, kann schon Indien sein. Ja, aber die Sequenz an der… mit den Hubschraubern an dem Felsblock, das ist nicht… das ist woanders gedreht worden. Das haben sie, glaube ich, in Finnland oder so. Aber der im Film spielt… Ja, ja, genau. Das meine ich ja. Deswegen. Und ja, da darf er halt in einem Helikopter steigen und… Kann es aber nicht eigentlich. Naja, er hat es halt gelernt. Also Tom Cruise hat… Fliegt das halt selber. Ja, also er als Tom Cruise hat es gelernt, aber als Ethan Hunt kann er es nicht. Nicht so wirklich. Sagt er. Also… Und das ist halt auch… Ich finde, ein Glanzstück einfach inszenatorisch, weil du hast insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf Figuren, sechs eigentlich. Ja, du hast den sieben, du hast den Henry Cavill, sitzt im Hubschrauber eins, du hast den Ethan Hunt, der ihn verfolgt, du hast den Solomon Lane, der auf die zweite Bombe aufpasst, du hast Rebecca Ferguson und Simon Peck, die nach der anderen Bombe suchen, du hast Bing Rames und die Michelle Monaghan, die die zweite Bombe entschärfen. Ja. Und das sind sieben Protagonisten, die am Ende alle Screentime kriegen und das so ineinander verwoben, dass es echt an Spannung kaum mehr zu überbieten ist. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon eine hohe Kunst, ja. Ja, und das war halt, jetzt gerade nochmal wegen Michelle Monaghan, das ist halt, ja, wie sie halt da durch das Bild schwebt. Also, ah, Ethan und ah, ja, und ich bin genau da, wo ich sein möchte, ah, ah, ah. Aber, und halt auch, ich weiß nicht, das ist so eine Spur zu. Nee, ich fand's, ich fand's, ich mochte halt auch so diese, diese Schlussnote dann, wo es halt hieß, ja, ich bin da, wo ich sein muss und du bist da, wo du sein musst und das ist auch gut so. Das war auch schon süß, weil sie dann halt auch, weil die, die Ilse hat sich ja merklich schon auch in den Easten so ein bisschen verguckt. Ja, sie haben sich schon ein bisschen angenähert jetzt, ne? Ja, und sie hatte dann natürlich so ein bisschen Angst, so quasi, weil sie ist halt einfach auf dem Podest, ist sie einfach und dann ist natürlich immer für die Nachfolgerin immer schwierig da. Aber sie hat ja dann auch signalisiert, dass wir da gleich, gleichberechtigt sind. Die hat noch was zu ihr gesagt, gell? Ja. Hat sie ja ins Ohr geflüstert. Ja, genau, aber das weiß man nicht. Nee. Aber war cool. Ja. Ja, und diese Helikoptersequenz, die ist, die ist unfassbar. Ja. Also das ist so was. Also man hängt sich da unten dran und dann hangelt er sich hoch und dann fällt er wieder runter. Dann hängt er außen an diesem Helikopter. Und dann fliegt er da und dann will er ihn rammen, dann schießt er auf ihn und es ist halsbrecherisch und unglaublich spannend. Und dieser crasht. Ich habe es dir schon gesagt, ich mag das ja tierisch, wenn sich Dinge überschlagen, also Autos oder typischerweise sind es Autos, das hat man in Mission Impossible auch schon mal gesehen und die Kamera im, also im, wie sagt man denn, in dem Fahrzeug bleibt und auf dem Protagonisten hält, wie er halt, wie alles um ihn rum fliegt und das machen sie halt hier hoch zehn, ne? Ja, das ist echt. Mit dem Helikopter. Und das Lustige ist ja halt gerade, wo dann die Helikoptersequenz kommt, dann, weil wir den Trailer schon gefühlt tausendmal gesehen haben und dann war halt immer die Frage, okay, wann kommt der Lastwagen? Und es kommt kein Lastwagen und dann haben wir uns den Trailer nochmal angeschaut und es gibt tatsächlich Action-Szenen in dem Trailer, die in dem Film gar nicht vorkommen. Nicht nur Action-Szenen. Ja, auch andere Szenen, aber hauptsächlich Action-Szenen. Und was in dem Sinn auch wieder cool ist, weil das Gängige ist ja immer, alles, was cool ist, sieht man dann im Trailer und später natürlich im Film, was dann überhaupt nicht mehr cool ist, sondern halt nur noch Gähn, weil der Film sonst nichts mehr zu bieten hat, sei es jetzt an Action oder Lacher. Und da war es jetzt wirklich so, dass sie gesagt haben, also sie haben wirklich noch ein paar Sequenzen dazu, die dann später gar nicht vorkamen, was auch sehr cool ist. Das ist ja, wenn Trailer Action-Szenen verwenden, dann hast du ja immer so das Problem, dass du unbewusst darauf wartest. Also je öfter du so einen Trailer siehst, dann weißt du, okay, die war noch nicht, die war noch nicht, die war noch nicht, die muss jetzt noch kommen, dann geht es auf das Ende zu, dann weißt du, okay, alles klar, das ist jetzt im Finale. Umso schöner ist es natürlich, wenn sie dann, wenn der Film so wie Fallout halt aus viel, viel mehr Action-Sequenzen besteht, als die du gesehen hast, aber auch Dinge einfach weglässt und so mit der Erwartung des Zuschauers spielt. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war, sondern das ist halt einfach auf dem Boden des Schneideraums gelandet. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht haben, sondern das haben sie halt in den Trailer geschnitten und dann die finale Schnittfassung war es halt draußen. Kann sein. Aber ich finde, ist ja wurscht. Also letztendlich, so wie es ist beides super. Ja, und dann dieses halsbrecherische, dieser Kampf nochmal, Mann gegen Mann auf dieser Klippe, also es ist eine Achterbahnfahrt, die uns nicht mehr losgelassen hat bis zur letzten Minute. Das stimmt. Grandios. Wow. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Gesamtfazit. Tja, auch hier wird sich nichts ändern. Nein, es ändert sich selten was an unserem Gesamtfazit. Ja, das stimmt, ja. Aber ich glaube, es war nicht zu überhören. Unsere Begeisterung war schwer zu überhören, dass das hier schwer zu toppen sein wird, diesen Sommer. Und ja. Ich wüsste nicht mit was. Geht rein. Guckt ihn euch an. Ja. Das ist mal ein Blockbuster, der, der Blockbuster, dieser Ausdruck kommt ja daher, dass quasi die Leute anstehen über mehrere Blöcke. Also im Englischen, also im Amerika sind ja die Straßenzüge in Blocks unterteilt und Blockbuster heißt ja so viel wie, ja, die stehen über mehrere Blocks an. Und das ist mal wieder einer, der das verdient hat, dieses Prädikat. Ja, aber das gibt es ja nicht. Gibt es nie mehr. Ne, die Zeiten sind vorbei. Vielleicht in Amerika noch, aber in, also Deutschland ist ja, ich habe letztlich einen Bericht gelesen, ist jetzt nicht so das Land der Kinogänger. Während in anderen Ländern das nach wie vor immer noch eine Kultur ist oder auch viele begeisterte Massen sich ins Kino bewegen. Also gerade Frankreich, England, also wir Deutschen haben minus 17 Prozent im deutschen Kinomarkt an weniger Besucher. Und ist eigentlich schade, weil das ist ein Medium. Natürlich ist es auch den Film auch ein bisschen geschuldet, gerade dieses von 2D in 3D konvertieren oder auch diese manchmal, finde ich, übertriebenen Kinopreise schwierig. Was haben wir denn? Aber geht trotzdem ins Kino. Ja, natürlich. Was haben wir denn an Ausblick? Was gucken wir denn als nächstes? Wissen wir das schon? Ja, The Mag. Wir schauen The Mag, ja. Bevor er uns jetzt schimpft. Also es ist so, dass meine Tochter, meine große Tochter, die will den unbedingt sehen. Ich habe ja versprochen, ich gehe mit ihr rein. Und eigentlich haben wir beide ziemlich Bock drauf, den zu sehen. und jetzt werden wir den erstmal unabhängig voneinander gucken. Wahrscheinlich. Also wird wohl das daraufhin auslaufen. Oder auch nicht, je nachdem, wie viel Uhr der Film läuft. Wann der halt läuft, nächstes Wochenende und dann werden wir halt… Ich gucke es mit meinen Jungs an. Genau, und ich gucke es mit meiner Tochter. Und dann werden wir aber zusammen podcasten. Das ist auch ein Novum. Ja, das stimmt. Dass wir mal einen Film unabhängig voneinander gucken und dann können wir uns selber… So müssen wir gucken, ob wir die Klappe halten können und dann… Ja, aber wir können auch eh vorher nicht die Klappe halten. Ja, aber du kommst ja dann am Samstag ganz spät nach Hause und da werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel drüber reden. Das stimmt, ja. Vielleicht mal ein Frühstück. Ja, mal schauen. Mal schauen. Wird lustig. Das ist halt, ja, guilty pleasure. Ja, also das ist so, das ist Trash. Und wir sind halt… Also ich bin… Ich mag halt Haie und deswegen… Ja, ich rede jetzt auch nicht bei jedem Haifilm. Also das ist jetzt wirklich der erste Haifilm, wo ich jetzt mal bewusst sage, okay, den gucke ich mir im Kino an. Warum auch immer. Also es liegt jetzt wahrlich nicht auch an der Jason Statham, also… Ja, Deep Blue Sea, glaube ich, habe ich auch nicht im Kino gesehen. Nein, ich auch nicht. Oder The Shallow. Ja, ja, den haben wir auch nicht im Kino gesehen. Haben wir auch nicht im Kino. Oder 47 Down. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Haben wir noch gar nicht gesehen. Du hast jetzt… Was hast du geschaut? Sharknato? Ja, ich habe den Sharknato in den ersten Reihen ge… Es gibt ja so diese Trash-Filmreihe, mittlerweile fünf. Von Sci-Fi produzierte Trash, wo es darum geht, dass halt ein Tornado ganz viele Haie mit in die Luft nimmt. Also ein Sharknato. Das ist halt Trash. Trash ist Trash-Can. Also das ist auch noch nicht nur billig inszeniert, sondern auch mit billigen Schauspielern. Das ist so… Ich weiß nicht. Ich habe es zehn Minuten ausgehalten, um zu sehen, wie es ist. Und es ist genauso schlecht, aber die Leute feiern es halt. Aber ich bin halt kein Trash-Fan. Das mögen andere besser finden. Ja, ich mag das meistens auch nicht. Es ist immer so verschwendete Zeit. Es ist eh immer schwierig in der heutigen… Weil man so viele Interessen auch hat und man möchte so viel machen. Und dann muss man sich immer für irgendetwas entscheiden. Und das ist schon schwierig genug, leider. Ja, dann lieber der Mac. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal auch geschaut. Es ist auch hier wieder… Es gibt den einen oder anderen Film, den man schauen möchte. Aber irgendwie ist es dann meistens nur einer im Monat. Und die anderen Filme… Also da kommen schon so komische Sachen jetzt dann raus, wo ich mir dann wieder denke, so… Was ist das? Also, ich weiß nicht. Vielleicht mal schauen. Der Mac ist auf alle Fälle auf dem Plan. Den werden wir auf die eine oder andere Art gucken, zusammen oder getrennt. Und danach schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch was. Und wenn nicht, dann können wir ja auch mal in unsere lang angekündigte Serien-Episode reinzwicken. Ja. Gut. Dann, wie ihr wisst, freuen wir uns über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung. Und wer uns unterstützen oder einfach nur Rückmeldung geben möchte, der kann als erstes Mal seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren. Und seine Nachricht schicken. Uns bei iTunes bewerten. Uns bei Panoptikum.io empfehlen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes dieser und anderer Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exklamatio.de. Okay, dann bedanken wir uns beide ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Zeit, einen erträglichen Sommer. Ja, passt auf euch auf. Gönnt euch mal zwei Stunden Kühle zum Mission Impossible Fallout. Genau. Und wir hören uns dann demnächst voraussichtlich zum Hack. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Nós bis zum nächsten Mal. Tschüss.